Das bin ich, Malva, wie die Blume, die Malve. Und das? Das ist mein guter Freund Quirin. Und hier stehen wir für einen Plattenregal. Denn Quirin und ich haben letztes Jahr eine Platte aufgenommen, die am 18.11. erscheinen wird. Was uns neben Musik noch fasziniert, ganz klar, Kaffee. Und alte Dinge, die wir in Antiquitätenläden finden. Wäre ich ein Gegenstand, dann womöglich dies. Und Quirin wäre womöglich das. Auf dem Album finden sich Titel wie 10.10. Oder der kandierte Kummer. Und noch so viel mehr. Auch zwei Gedichte sind dabei. Jetzt habt ihr schon einen kleinen Einblick bekommen. In unser Album. Aber hört doch einfach selber rein. Am 18.11. Wir freuen uns.